Um drei allgemeine ebene Kräfte zusammenzufassen, gehen wir wie folgt vor. Als erstes fassen wir die beiden Kräfte F1 und F2 in einem Kräfteplan zu der zwischenresultierenden R12 zusammen. Wir ermitteln nun im Lageplan den Schnittpunkt der Wirkungslinien der beiden Kräfte F1 und F2 und tragen dort R12 anstelle von F1 und F2 an. Wir wiederholen dieses Vorgehen nun, indem wir die beiden Kräfte R12 und F3 in dem Kräfteplan zu der resultierenden R zusammenfassen. Im Lageplan ermitteln wir wieder einen Schnittpunkt zweier Wirkungslinien, dieses Mal von R12 und F3 und tragen dort R anstelle von R12 und F3 an. R stellt also die gesuchte resultierende dar, die die drei Einzelkräfte F1, F2 und F3 in ihrer statischen Wirkung äquivalent ersetzt.